Heute geht es um ein spannendes Thema und zwar geht es um die Demokratisierung von Unternehmenserfolg. Wir bei Company for You and Me sind der Meinung, dass jeder Mensch eine faire Chance bekommen sollte, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, egal mit welchen finanziellen Mitteln man gesegnet ist. Wie das genau funktionieren soll, erfährst du heute in diesem Video. Hallo, ich bin Andrea von Company for You and Me. Ja und in diesem Video heute soll es darum gehen, wie wir die Demokratisierung von Unternehmenserfolg konkret vorantreiben wollen und welche Lösungsoptionen wir hier anbieten, um das langfristig jedem Menschen möglichst unkompliziert und unabhängig vom Einkommen zugänglich zu machen. Denn das ist es ja, was wir hier auf unserem YouTube-Kanal erreichen möchten, dass du mehr und mehr verstehst, wie du ein erfolgreiches Unternehmen systematisch erfolgreich aufbauen kannst. Wenn du hier in Zukunft top informiert bleiben möchtest, dann abonniere gerne unseren Kanal. Wir freuen uns über jeden Abonnenten. Zu Beginn möchte ich hier gleich zwei Beispiele in Form von Unternehmen bringen, wo die Demokratisierung in deren Fachbereiche bereits erfolgreich vollzogen wurde. Eines der berühmtesten Beispiele für die Demokratisierung von Produkten und deren Anwendungsmöglichkeiten ist Apple. Apple hat es geschafft, den Heimcomputer zu demokratisieren. Durch die Erfindung des iPods hatte innerhalb kürzester Zeit eine Vielzahl an Menschen weltweit Zugang zu Musik oder durch die Erfindung des iPhones wurde eine multifunktionale Handy-Anordnung geschaffen, die mittlerweile weltweit seinen Siegeszug erfolgreich angetreten hat. Ein weiteres Beispiel für die Demokratisierung einer Dienstleistung ist Canva. Canva hat es geschafft, es weltweit Menschen zu ermöglichen, möglichst einfach und kostengünstig ein enorm umfangreiches Grafikprogramm zu nützen. Kommen wir aber nun zurück zu unserem Unternehmen Company for You and Me. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, die Demokratisierung von Unternehmenserfolg zu verwirklichen und möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Unser konkretes Ziel ist es, dass in der Zukunft jeder Mensch die Möglichkeit erhält, Schritt für Schritt ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen und möchten hier dazu beitragen, dass das Verständnis für Unternehmenserfolg kein Mysterium mehr bleibt, sondern man sich dieses Wissen möglichst einfach aneignen kann. Denn wir haben erkannt, dass für die meisten Menschen es denkunmöglich scheint, ein erfolgreiches Unternehmen selbst aufzubauen und dass leider auch in den ersten drei Jahren jede Menge neu gegründete Unternehmen wieder zusperren müssen, da sie Unternehmen nicht richtig aufgebaut haben. Wir möchten es Menschen deshalb weltweit ermöglichen, möglichst einfach zu erkennen, welche Systeme, Strukturen, Prozesse und Inhalte man Schritt für Schritt aufbauen muss, damit die eigene Firma auch wirklich erfolgreich wird. Wichtig ist, dass du verstehst, es ist ein hochkomplexes Unterfangen, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, da du sehr viele unterschiedliche Aspekte berücksichtigen musst und eine interaktive, multifunktionale Systemanordnung für dein Unternehmen schaffen musst, wenn du hier wirklich nachhaltig und langfristig erfolgreich sein möchtest. Bis heute gibt es kein global agierendes Unternehmen, das dieses Wissen universell zur Verfügung stellt. Es gibt lediglich in verschiedenen Staaten Unternehmen im Bereich Unternehmenserfolgscoaching, die leider oftmals nicht zielführend sind und auch oftmals so teuer sind, dass sich viele das nicht leisten können. Wir haben deshalb hier drei Optionen geschaffen, es Unternehmerinnen und Unternehmen zu ermöglichen, sich dieses Wissen möglichst einfach anzueignen und das unabhängig von ihrem Einkommen. Die erste Option ist unser Buch, wo du auf über 300 Seiten erfährst, wie du von Null auf ein erfolgreiches Unternehmen aufbaust. Das ist kein Buch, das als allgemeiner Ratgeber dient, sondern ein konkretes Arbeitsbuch, mit dem du tatsächlich Schritt für Schritt dein Unternehmen erfolgreich aufbauen kannst. Die Kosten für das Buch liegen bei 19,90 Euro. Oder wenn du es dir als E-Book kaufst, kostet es dich 9,99 Euro. Solltest du dir das Buch nicht leisten können, kannst du uns auch gerne eine E-Mail schreiben, dann schicken wir dir das Buch als PDF kostenlos zu. Uns ist es hier wichtig, dass wirklich jeder die Chance erhält, sich das Wissen anzueignen, wie man ein erfolgreiches Unternehmen aufbaut. Mit diesem Buch kommst du garantiert ans Ziel. Die zweite Option ist unser E-Learning, wo du mittels Videokursen in 20 Modulen ganz konkret lernst, wie du Schritt für Schritt dein Unternehmen aufbaust. Wir haben erkannt, dass viele unserer Kunden nicht gerne lesen und sich mit einem E-Learning leichter tun, die Inhalte zu lernen. Zusätzlich findest du dort weitere Vorlagen zum Downloaden, als auch weitere Informationen und Verlinkungen zu wichtigen Details für den Unternehmensaufbau. Das E-Learning kostet dich einmalig auf Lebenszeiten 990 Euro. Das E-Learning wird auch immer top aktualisiert und du hast dann mit diesem E-Learning für alle deine Unternehmensentwicklungsstufen einen langfristigen Wegbegleiter, wo du immer nachschauen kannst, wie du die nächsten Schritte am besten gehen solltest, wenn du dein Unternehmen weiterentwickeln möchtest. Solltest du ohne unsere Hilfe hier bestmögliche Fortschritte in deinem Unternehmen in Zukunft machen wollen, empfehle ich dir, das Buch in Kombination mit dem E-Learning zu erwerben. So wirst du bestmögliche Ergebnisse langfristig erzielen. Kommen wir nun zur Option 3, unsere Coaching-Programme. Wir bieten dir hier an, dich bezüglich verschiedener Bereiche auch persönlich mittels telefonischer Betreuung, Zoom und TeamViewer zu coachen. Oftmals gibt es Situationen, da ist es gut, wenn du uns mit an Bord holst und wir dir hier konkret helfen, wenn du nicht weiterkommst und sich dein Unternehmen nicht so weiterentwickelt, wie du dir das vorstellst. Bei unserem persönlichen Coaching-Programm ermitteln wir den Ist-Zustand deines Unternehmens und setzen dann im nächsten Schritt eine detaillierte Mitbewerbsanalyse um. Als nächstes definieren wir dann einen realistischen Sollzustand für die kommenden Monate und Jahre und weiters einen konkreten 360-Grad-Maßnahmenkatalog, den du dann Schritt für Schritt umsetzen kannst. Sobald du die Details dann umgesetzt hast, bekommst du dann auch ein Feedback, welche Details du noch verbessern kannst. Bezüglich der Coaching-Pakete bieten wir hier verschiedene Coachings an und zwar für die Gewinnung von Neukunden, für die Gewinnung von neuen Mitarbeitern und dass du diese möglichst lange im Unternehmen hältst. Wir bieten auch Startup-Pakete an, wenn du noch ganz am Anfang mit deinem Unternehmen stehst oder speziell für KMUs als auch mittelständische Betriebe. Solltest du ein spezifisches, themenspezifisches Coaching benötigen, wie zum Beispiel, dass wir dabei helfen, wie du eine erfolgreiche Webseite aufbaust, du deine Social-Media-Kanäle in Zukunft bestmöglich nützen solltest, du deine Online-Marketing-Kanäle bestmöglich aufbaust oder du Hilfe dabei benötigst, ein E-Learning aufzubauen oder ein CRM-System, wir können dir hier bei nahezu allen Themen behilflich sein. Solltest du über wenig Zeit verfügen und auf der Suche nach einer Agentur sein, die für dich den Unternehmensaufbau professionell vollzieht, bieten wir dir auch noch eine vierte Option an, unsere Agenturleistungen. Hier können wir dir einzelne Dienstleistungen anbieten, bis hin, dass wir für dich von Null auf dein gesamtes Unternehmen aufbauen. Der wesentliche Vorteil ist, dass du hier alle Ebenen technisch einwandfrei für dein Unternehmen zugearbeitet bekommst und alles dann auch tatsächlich einwandfrei funktioniert. Weiters schulen wir dich dann natürlich auch ein, damit du auf allen Ebenen die neuen Strukturen, Prozesse und Inhalte bestmöglich und professionell nützen kannst. Welche der vier Optionen du hier für dich nun wählst, ist dir natürlich frei überlassen und wird sehr viel damit zu tun haben, wie deine finanzielle Situation derzeit aussieht. Wichtig ist aber, es gibt hier für dich keine Ausrede mehr, wenn du finanziell eingeschränkt bist, dass du deshalb kein erfolgreiches Unternehmen aufbauen kannst. Denn in unserem Buch zeigen wir dir kostengünstigste Wege auf, wie du dir alle nötigen Strukturen, Prozesse und Inhalte für dein Unternehmen aufbaust, als auch Möglichkeiten, wie du dir verschiedene Dinge auch selbst beibringen und dann selbst umsetzen kannst. Du kannst jedenfalls mit allen vier Optionen deine Ziele erreichen und ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen. Wenn du dir jetzt nicht sicher bist, welche der vier Lösungsoptionen die richtige für dich ist, dann besuch ganz einfach unsere Webseite www.company4youandme.com und trag dich dort für ein kostenloses Erstgespräch ein, wo wir dich dann gerne beraten, welche der vier Lösungsoptionen sich am besten für dich eignet. Das war's für heute. Falls dir das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Like und Kommentar von dir freuen. Und wenn du in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch gerne unseren Kanal. Alles Gute und bis zum nächsten Mal, deine Andrea.